Jansky hat ein neues Video rausgebracht. Wir gucken heute Jansky. Jansky, sein Video geht sieben Minuten. Ich bin gespannt. Was hat Jansky denn hier gebaut? Erstmal müssen wir Tonlauter machen. So viel steht schon mal fest. Moin Moin! Hallo Leute und willkommen zu diesem Video. In der heutigen Folge... Gambal zählt bis drei. Eins, zwei... Gambal probelt in der Nase. Drei... Frustessen bei Nils. Und Niklas fährt zu schnell. Oh... Ich hab gar kein Pitstopper trainiert. Ich auch nicht. Brems einfach früh. Wann ist denn das Schild? Relativ früh. Also du hast die Mauer und dann hast du vielleicht so 50, 80 Meter. Also bremse ich nur vor der Mauer. Ich fahr einfach rein, wenn jemand vor dir reinfährt. Du solltest beide Mauer direkt bremsen. Das wird nix. Ich brems ein bisschen vor der Mauer. Das wird nix. War einfach rein, wenn jemand vor dir ist, dann kannst du den Zornode in die Box schieben. 20 Minuten später. Neu! Ach, Digam. Jetzt ist auch egal. Äh... Ja. Laster, du solltest vielleicht früher bremsen als bei der Mauer. Ja, okay. Glaub ich ne SG30 jetzt. Ja, halb so wild. Hut's auf. Hahaha. Na klar. Ich hab die Boxen einfach nicht geübt. Ich hab mich an dem orientiert, was Flo gesagt hat. Oh my god. Mauer, Boiler, hat nicht funktionieren. Ah, wie Flo halt einfach ein halbes... Das mit der Mauer ist halt wirklich kompletter Quatsch gewesen. Haha. Wie Flo ihn einfach verarscht hat. Ist das zählt auch, dann kannst du mich nicht hören. Auch. Hallo da. Ah! Okay. Scheiße. 28 Tage Band, fertig. Ohhhh, nein. Janski, Alter. Och man. Dieses Scheiß-Auto will hier nicht rum. Du verfickte Sternzerstörer, Mistauto. Hey, wie red's denn über Mercedes? Aber Schumacher, es ist wirklich schwer. Oh, was ist denn da los bei Gamble? Das ist... Ich rasch da aus, dieses dämliche Kack-Scheiß-Auto. Es ist... Ja, Junge, ich fahr jedes Mal einfach nur geradeaus in der verdammten Schumacher-Es-Kack-Kurvo und Bande da im Kies und zünd mich gleich selber an, weil ich keinen Bock mehr hab. 1... 1,53, 1, da kann man schon mal... Da kann man schon mal fluchen. Da... Da kann man wirklich schon mal fluchen, Gamble, das ist schon richtig. Wie grad schon erwähnt. Ein paar geistige Schäden nach zwei Runden AMG fahren, aber sonst äh... Alles im grünen Reich. Mach hart hinten. Was ist hart? Federat der Öhn, du Bot! Hahahaha. 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 Oh, Mann. Also... Also ganz, äh... Min, ja, top. Ja, links halt Min und rechts Max. Digga, ich hab doch keine Ahnung. Deswegen hab ich doch gefragt, was hart ist, du... Hahahaha. Mach hinten Federat der Öhn. Hahahaha. Hey, Karamba, wie redet ihr denn da miteinander? Was ist denn da los? Was ist denn da los? Ja, woher soll ich denn da los? Was ist das? Was ist das? Digga, wollt ihr mich verarschen? Junge, Newton ist Kraft. Desto mehr Kraft, desto härter. Ja, dann war's doch richtig. Hahahaha. 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 Eigentlich fahren wir auch immer... Hahahaha. 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 Weich. Ja, aber vorne links hart, hinten rechts weich. Hahahaha. Hahahaha. Ich kann nicht... Hahahaha. Äh... Geht's noch? Höh... Bitte... Bitte sagt einfach nach links oder nach rechts. Ich kann mit hart und weich nicht... Digga, dann laber... Hast du schon mal Max ganz links gesehen oder was? Digga, dann war es doch vorhin richtig. Ihr seid doch alle behindert. Hintlerschrepp, rechts, Laffe. Ihr könnt doch Farben sagen. Rot, Junge, rot. Ja, alles ist... Die haben aber wirklich einen sehr dezenten Umgang miteinander. Also, äh, wortwörtlich. Mhm. Besser als weiche... oder hart. Ich kann damit nichts anfangen. Hallo? Ja, im Gegend kann doch was mit dem Start, oder? Bestimmt. Schön Map 3, Alter. Ach Junge, ich bin so ein Dulli, ne? Haha. Ich bin auf Map 3 losgefahren. Och, Mann. Kann schon mal passieren. Genau, deswegen hasse ich LFM Dates und fahre die Scheiße auch eigentlich nicht. Es geht doch einfach nur auf den Sack. Eins, zwei, drei, drei, vier. Ach, vier. Vier bis fünf würde ich länger als fünf. So, Niklas, ich werde dich jetzt ganz bestimmt enttäuschen. Okay. Hat nicht lange gelaunt, bis ich dich enttäuscht hatte, aber... Ja, ich weiß. Ich weiß doch selber, dass ich scheiße langsam bin. Was für zwei... 52,3 im AMG, Alter. Die will ich sehen, Niklas. Komm vorbei. 52,3. Huubi Nader macht's jetzt. Oh. Äh. Das war, glaube ich, ein Tick zu viel. Huch. Ich hab selbst gedacht, dass das funktioniert. Hahahaha. Oh, Niklas, Alter. Oh, das... Das hätte ich jetzt aber auch nicht erwartet. Beste Runde fahre ich auch nicht. Ja, das war vielleicht nicht so clever. Ich hab eigentlich gedacht, dass da in der letzten Kurve nicht mehr so viel Zeit ist. Scheiße. Das hat mich echt selbst überrascht. Ja, das gibt sowas von Kilos, Digga. Ich fahre keine beste Runde mehr. Es war die Banger-Runde des Jahres. Genau. Was hast du denn da? Digga! Wahrscheinlich darf ich mich jetzt auch erstmal, äh, eine halbe Stunde lang rechtfertigen gehen, warum ich in Quali so schnell war. Die Major muss nicht so schnell sein, entschuldigen, ja. Aber Niklas, nochmal gratuliere, ne? Also, das muss man ja trotzdem erstmal machen. Da fallen ja keine Idioten rum. Was? 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 Aaaaah! And Whum is watching rather than driving, so he's sandbagging again already. He's taking two tenths out of me in the first sector alone. One, two, three corners. He's taking two tenths. F***ing hell, man. But still, Whum watching rather than driving. I did 22 laps. He did seven. He's still ahead. I'm scared. Anyway. Dieser Kontrast von Niklas zu dem hier ist echt. Naja, Wildcat W. Warum? Ich habe gehört, in der SO fahren die ja auch so. Der Schuss war richtig stabil und sehr, sehr gut. Also, was ich bis jetzt gesehen habe. Wir sehen da keinen großen Unterschied. Nein, ach nein. Oh nein, 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 nein. Im Grunde genommen hat er recht. Was machen die da vorne? Oh nein. Oh Mann, warum? Alter. Digga. Meanwhile. Das können wir wieder reporten. Was? Regeln und Regeln. What? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Digga, was war das denn? Alter. Warum müssen eigentlich Menschen immer so rumkreischen wie verrückt? Alter, was? Da hat doch nur ein Auto in der Luft gehangen. The fuck? Okay, war ein gutes Video, Jansky. War ein gutes Video. Kriegst ein Daumen für. Hab gelacht. Aber meine Herren, die jungen Menschen, die kommunizieren aber anders miteinander. Alter, da wäre irgendjemand bei mir gewesen, der, weiß ich nicht, mit mir zusammen fährt und der nennt mich Ruhensohn. Magga, der ist aber auch nur ein Aufmerksamkeit, der kann sich erstmal in Pfiffi anzünden. Sage mal. Wirklich. Da müssen wir doch mal reingehen. Was ist das, Alter? Da kommt noch ein Clip. Da kommt noch ein Clip. Wie, da kommt noch ein Clip. Was kommt denn da noch? Hier sind schon ein Fenster. Nils, war ein bisschen so zu robben, ey.